Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es mal zum Titel gelesen. Einige von euch wissen es auch schon, dass ich meinen Kanalnamen ab 01.01. zur Shario umändern möchte. Ich meine, ich habe es jetzt seit zwei Monaten im Banner stehen, oben drüber auch ehemalige Shadys Abenteuer. Wir haben es im Logo, wir haben es in den Intros. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, überall reingepackt, außer den Kanalnamen selber, weil ich mal noch nicht sicher war, ob es jetzt schon Sinn macht, den umzuändern. Von heute auf morgen ist auch immer ein bisschen ungewohnt, so hey, wer ist denn jetzt Shario? Eben gerade war da noch ein Shadys Abenteuer da. Habe ich mir gedacht, ich mache das so, ja, schleichen, schleichen nennen wir das so? Also auf jeden Fall, ich baue es mit der Zeit auf, bis wir dann irgendwann mal den Kanalnamen ändern. Und ich habe mich dazu entschlossen gehabt, das Ganze zum 01.01. zu machen. Ich habe einfach gedacht, nix, da kommt direkt neuer Start, neue Jahr. Im Endeffekt dann irgendwann auch mal, ja, leider geht es immer wieder das gleiche Thema, irgendwann auch mal auf ARK2-Content bezogen, dass man halt von vornherein mit einem neuen Namen oder einem anderen Namen da rein startet. Warum ich mich dazu entschlossen habe, das Ganze umzuwenden Leute, hatte viele Gründe. Ich habe das ja schon mal in einem Video vor längerer Zeit mal so ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, es ging im Großen und Ganzen um mehrere Punkte. Punkt eins ist zum Beispiel, dass Shadys Abenteuer für mich persönlich vom Namen einfach nicht mehr gefallen hat. Ich wollte das Abenteuer wegmachen, weil einfach es zu lang ist, man kann es nicht so cool einbauen. Shady selber aber nicht funktioniert, weil man dazu sagen muss, dass da ein bekannter Rapper, nämlich Eminem, ja seinen Namen Slim Shady hat. Und da auch Shady im Endeffekt ja mit drin ist, Shady Records. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die er mit dem Namen hat. Wo ich mir auch nicht ganz sicher war, da ich mich ja seit August selbstständig gemacht habe, ob mit dem Namen Shady Geld verdienen und auch vielleicht irgendwann mal Merch und der ganze Kram, ob das überhaupt so, ob ich das überhaupt dürfte. Ja, gehen wir mal davon aus, weil die Marke Shady bestimmt dann benutzt ist, wenn ich Shady's Abenteuer so gesehen wegmache. Und da war der Gedanke gekommen, scheiß drauf, wir machen einfach jetzt einen neuen Namen. Wir machen jetzt was, was für die selber steht. Dann kam ich für mich persönlich zu dem Namen Shario. besteht trotzdem aus Shady. Also die ersten drei Buchstaben, SH und A, sind ja von Shady, weil ich den Game Attack, seitdem ich zwölf bin, habe. Das sind jetzt 18 Jahre. Ich wollte das nicht ganz aufgeben. Ich habe mehr Zeit in meinem Leben mit dem Namen Shady verbracht als ohne. Also muss das ja irgendwo ein bisschen weiterleben. Und Shario kommt im Prinzip von Lucario, meinem Lieblings-Pokémon. Und ich habe gedacht, kommen mich für mich immer die beiden Genres, da Pokémon auch mein allererstes Gaming-Genre war. Also auf dem Game Boy Color, der noch hier in der Vitrine liegt, mit sogar Pokémon Rotmann im allerersten eigenen Videospiel. Da gab es doch kein Lucario, aber es ist trotzdem mein Lieblings-Pokémon, deswegen konnte ich diese beiden Franchise so verbinden und habe dann im Endeffekt Shario draus gemacht. Das war so mein Gedankengang. Und es ist halt meist komplett eigenes, was von mir entstanden ist und nicht irgendwie irgendwo kopiert. Zumindest ein bisschen. Ich meine Lucario, aber es sind ja nur drei Buchstaben. Daher, ich glaube, das nimmt immer nicht so böse. Logo-Änderungen gab es ja auch direkt. Ich habe gedacht, komm, wir nehmen jetzt den Phönix. Der Phönix hatte für mich ein bisschen persönliche Bedeutung. Klar, jeder kann das Ganze selber interpretieren. Manche interpretieren den Phönix für sich anders. Für mich ist ein Phönix halt im Endeffekt, wenn man aus der Asche wieder aufersteht oder auch auf mein Leben bezogen, wenn man halt einfach hinfällt, wieder aufzustehen. Ich meine, ich spreche das hier nur ganz kurz an, weil ein paar Mal schon nachgefragt worden ist. Ich hatte früher gesundheitlich ein bisschen was zu tun. Einige Sachen, die mir heute noch nachgehen, also so mit Krebserkrankung und den ganzen Krankheiten. Mittlerweile alles wieder gut. Also so alles gut, keine Sorge. Alles überstanden. Ist auch schon mittlerweile fast zehn Jahre her. Zehn Jahre her, ja doch. Chemo ist, glaube ich, zehn Jahre her. Irgendwie ist schon mega lange her. Und deswegen war für mich der Punkt, einfach immer weiterzumachen. Immer das zu tun, was ich persönlich für mich machen möchte, weil ich immer weiß, das kann auch morgen zu Ende sein. Klingt jetzt völlig ein bisschen krass, aber ist so ein bisschen meine persönliche Einstellung. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich mache dieses YouTuber-Ding immer weiter, weil es das war, was ich machen wollte. Ich wollte hier sitzen, mit euch reden. Und wenn es morgen zu Ende geht, kann ich zumindest einigermaßen sagen, ich habe das gemacht, was ich machen wollte. Also interpretiere ich im Endeffekt daher auch den Phönix für mich persönlich da mit rein. Und das war schon vor der ganzen YouTube-Sache ein Symbol, was ich halt nach der damaligen Zeit für mich hatte. Ich wollte es auch als Tattoo nicht auf dem Oberkörper haben, aber mein Oberkörper ist dafür nicht gut aussehen genug, da ein Ganzkörper-Tattoo drauf zu machen. Deswegen wurde es nie ein Tattoo. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich starte jetzt die Selbstständigkeit und ein neuer Abschnitt meines Lebens, weil jetzt ist es halt nicht mehr Hobby, jetzt ist es Beruf. Und wir starten mit einem neuen Namen, also auch direkt mit dem neuen Logo, allem drumherum, passt es einfach sehr gut für mich persönlich, einfach jetzt zu sagen, Schario, der Phönix, ja, gibt das neue Logo. Ich habe ja auch mittlerweile meinen Zweikanal am Start, Zero Schario, wo ich Content zu Pokémon und auch zu Zelda später mache, wo auch das gleiche Logo ist, in anderen Farben und wie gesagt hat das Zero einfach nur vor dem Schario gesetzt. Also die Kanäle betreibe ich ja mittlerweile. Und ja, bin ja eigentlich ganz zufrieden. Ein paar Sachen, die ich, ich weiß, gehört hier nicht mit rein, ich möchte es trotzdem noch mit reinbekommen, weil ich ja leider auch noch ein paar Kommentare bekommen habe, die gesagt haben, oh, wie kannst du dich denn selbstständig machen bei deiner Größe, bla bla bla. Leute, ich bin ganz ehrlich. Ich hatte gesundheitlich noch ein paar kleine Schäden im Nachhinein. Ein bisschen mit den Augen, ich habe es mit dem Magen relativ oft. Also es gibt gefühlt, einmal die Woche, wo ich einfach ganz stark nichts machen kann, weil mir einfach schlecht ist. Und das sind aber alles Folge-Sachen von vielen, vielen Dingen. Was es mir schwer gemacht hat, über die Jahre wirklich dauerhaft irgendwo zu arbeiten. Bin ich ganz ehrlich. Wir machen Realtalk, Leute, ja. Und mein Problem war einfach, immer wenn du irgendwo anfängst und man ist so im gequält im Monat viermal krank, ist immer schlecht. Hat immer sehr viel Negatives gehabt, auch sehr doofe Abgänge teilweise gehabt an manchen Arbeitsstellen. Und YouTuber jetzt zu sein, ermöglicht es mir auch, wenn ich mein Mindset mal einen Tag nicht gut geht oder mir geht es einen halben Tag nicht gut, bis Tabletten wirken, trotzdem abends Videos zu machen. Wie soll ich meinen? Das ist so das, wie ich meinen Tagsablauf gut gestalten kann. Ich bin ehrlich, würde ich heute Arbeitslosengeld anmelden, würde ich mehr verdienen als das hier. Ja. Aktuell ist es noch so, aktuell ist noch der ganze Sache, dass alles noch etwas weniger ist, als ich verdienen, anders verdienen könnte. Aber es ist das, was ich machen möchte. Und ich sehe das Potenzial. Anfang des Jahres hätte ich niemals gedacht, dass das gegen Ende des Jahres schon möglich ist, damit um die Runden zu kommen. Und ich sehe halt das Potenzial auf die Zukunft. Und ihr unterstützt das Ganze ja auch. Indem ihr zum Beispiel Videos anschaut, ihr die Werbung laufen lasst, die Videos teilt. Genauso wie auch die Kanalmitglieder, was mittlerweile ab 99 Cent möglich ist. Damit unterstützt ihr ja auch dieses ganze Projekt. Und mir macht das mega Spaß. Ich habe da richtig Bock drauf. Deswegen, ich bin doch gar nicht so, dass ich sage, oh ja, so wenig Mimimi. Das soll jetzt dem Video gar nicht so rüberkommen. Ich wollte einfach nur mal so, wisst ihr Leute, ich bin ehrlich zu euch. Das ist so, wie es halt ist. Aber das soll jetzt kein Mimimi sein. Ich bin vollkommen zufrieden, so wie das Ganze gerade läuft. Es macht mega Bock, hier Videos zu machen, zu streamen, das Ganze sich vorzustellen, wie das Ganze hier weitergeht und so. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz aufklären, dass ihr wisst, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und ja, wie gesagt, ab 1.1. geht es dann mit Shario offiziell richtig los. Klar könnte der Content am Anfang noch so ein bisschen mau sein, weil wir müssen überlegen, wie es mit Arc 1 weitergeht. Das können wir anhand Standort jetzt ja noch nicht sagen, wie viel News, Patchnotes, Content eventuell kommen wird. Sieht aktuell nicht so gut aus, aber wir lassen uns immer überraschen. Vielleicht lenken sie ja noch ein. Und es kann auch sein, dass Arc 2 Content ja doch irgendwann startet. Wisst ihr, so, ich meine, wenn wir das erste Gameplay gesehen haben und ich sage mal, dass passiert ist, wann auch immer es passieren sollte, wenn es auch nächstes Jahr im April ist. Es wird danach bestimmt auch irgendwann sowas wie Bilder, Teaser, Konzeptarts. Wisst ihr, was ich meine? Sowas wird es immer wieder geben auf Twitter. Und wir werden noch relativ viel Arc 2 Content hier machen können. Also keine Sorge, es wird weiterhin Arc 1 Content geben, solange Content da ist. Und wie gesagt, Arc 2 kommt natürlich auch. Und ja, haben wir schon. Wie gesagt, was nächstes Jahr so an Möglichkeiten gibt. Und ja, wie gesagt, nebenbei, wie gesagt, baue ich ja meinen Zweitkanal mit auf. Wie gesagt, da ist aktuell Pokémon Kamsin und Purpur am Start. Demnächst kommt dann Zelda auch ab März. Die nächsten Pokémon-DLCs werden auch irgendwann mal kommen. Es wird noch ein nächster Pokémon-Teil kommen. Also auch da habe ich ja mehr als genug zu tun, um auf dem Zweitkanal mich weiter auszubauen, Leute. Also, ich will das gar nicht so lange zählen. Wie gesagt, Leute, nehmt mir das bitte nicht böse. Es sollte, wie gesagt, wirklich nicht nach Mimimi rüberkommen. Ich hoffe, es kam auch nicht so rüber. Ich wollte einfach nur euch damit mal so die aktuelle Lage mal erklären, wie alles abläuft, dass ihr ein paar Sachen auch wisst. So ein bisschen ein bisschen mehr bei mich. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wie es im Titel oben steht. Checkt doch mal Holi ab. Die haben mittlerweile geile Thermosflaschen. So, ich habe nur kurz Werbung eingebaut, Leute. Ne, aber auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr wart. Vielen Dank für euren Support. Und natürlich auch, wenn ihr über Holi Sachen bestellt, auch da nochmal, Leute, ja, das supportet ihr den Kanal. Ihr spart zehn Prozent mit dem Code shady. Er wird ab nächstes Jahr der Code chario sein. Nur mal so nebenbei. Und ja, ihr habt was Cooles. Ich habe was Cooles davon. Also euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Und ciao.